Hallo, mein Name ist Gregor Kuschmörz. Ich bin vornehmlich als Designer tätig und lebe derzeit in Köln. Seit kurzem geht mir eine Idee nicht mehr aus dem Kopf. Und zwar, ob es wohl möglich wäre, ein Plakat zu produzieren, auf dem alle, die sich finanziell beteiligen, abgebildet sind. Nur die Gesichter, keine Namen, kein Titel und auch sonst keine lustigen Effekte. Auf einem DIN A0 Poster, das sind 84 x 120 cm, ist Platz für 810 passbildgroße Fotos. Also 810 Porträts von allen 810 Unterstützern. Mit 9 Euro pro Nase könnte ich die Produktions- und Versandkosten decken. Das bedeutet farbiger Offset-Druck auf vernünftiges Papier, Lieferungen frei Haus, gerollt, nicht gefaltet und hoffentlich rechtzeitig zu Weihnachten. Mehr noch als auf das Geld bin ich aber auf die Fotos der Unterstützer angewiesen. Und hier wird es, wie ich finde, spannend. Nicht so sehr, was die Logistik betrifft, das ist ein Kapitel für sich, nein vielmehr, was das Konzept angeht. Das Crowdposter ist zwar eindeutig ein Massenprodukt, obgleich limitiert, wird es maschinell hergestellt, seriell gefertigt, aber es ist eben auch ein Massenprodukt im ganz umgekehrten Wortsinne, denn alle 810 zukünftigen Besitzer müssen sich ja über die finanzielle Transaktion hinaus am Entstehungsprozess beteiligen. Es ist also ein Produkt von einer Menge Menschen für sich selbst und das finde ich super sympathisch. Deshalb bitte ich dich, bitte ich euch, beteiligt euch und folgt dann dem Entstehungsprozess im Blog auf Startnext und auf Facebook. Bitte, bitte, bitte und vielen, vielen Dank.